Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Niederkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 75 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1300 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017